Wir verarbeiten ungefähr 55 Kilo Erdbeeren am Tag, frische Erdbeeren. Unsere Produktpalette umfasst Quark mit Erdbeeren, Erdbeergeschnitte, Erdbeerrolle, Erdbeerplunder, Erdbeertorten natürlich und die dann jeden Morgen frisch hergestellt werden. Es ist kein Tag gleich, es ist kein Produkt wie das andere, jede Erdbeere ist anders, jedes Kilo Mehl ist anders. Von den über dreieinhalbtausend Broten, die wir hier jeden Tag machen, ist jedes Brot ein Unikat. Und wenn es am nächsten Tag verkauft ist, das ist für uns das Erfolgserlebnis. Das ist das, was uns ausmacht und das ist das, was uns zufrieden macht. Wenn wir viel zu tun haben, dann wissen wir, das ist unser Lob, dass wir alles richtig gemacht haben.